Theresa, Nadine und ich sind heute reiten. Wir haben die Pferde schon geputzt und gesattelt und jetzt sind wir endlich auf dem Pferd. Mein Pferd hatte aber leider ein bisschen Angst vor dem Sattel. Und auch wenn der Reiter aufsteigt. Deswegen war das gar nicht so einfach am Anfang. Aber dann hat sich Lady zum Glück ein bisschen beruhigt. Nadine saß auch schon auf ihrem Pferd. Und dann ging's auch schon los. Für Nadine und Theresa war das noch neu. Ich reite schon seit längerem. Aber in Ibiza bin ich auch noch nie geritten. Nadines Pferd ist einmal mitten durch den Busch gerannt. Und sie hatte alle Äste in ihrem Gesicht. Und sonst war es auch sehr verfresst. Aber mein Pferd war sehr entspannt. Und ich glaube, Theresa es auch. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal reiten wart.